Vier Stunden, wann geht's los? Und die Jungs sind fit, oder? Ich hab gerade Mittagsschlaf gemacht, ich bin richtig da. Ich bin richtig da. Dann erwarte ich einiges von dir. Wie lange? 45 Minütchen. Machst du das immer an Spieltagen? Da immer so dreieinhalb Stündchen, aber heute... Dreieinhalb Stündchen Mittagsschlaf? Das ist besser am Abendspielen. Das ist besser. Und für 45 Minuten musst du dir einen Wecker stellen? Oder wachst du ohne rein? Nee, Wecker. Ganz richtig. Du machst jetzt auch dreieinhalb Stunden Mittagsschlaf. Danke dir. Herzlich willkommen, die Jungs noch mal. Drei Einhalbstunden. Da wär ich danach so verschallert, dass ich gar nicht mehr aufstehen könnte. Ich hab's auch geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren noch Fußballerzeiten. Jetzt gibt's das nicht mehr. Mit Kindern und richtigem Arbeiten hat man keine Zeit mehr dazu. Das wird Chris Kramer auch noch erleben. Wobei ich weiß, ob du fünf Kinder wie Perl kriegen wirst. Aber... Nee, das wird schwer jetzt hinten raus. Okay. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.